Die Macht ist stark in meiner Familie. Das wird mir in diesen Momenten klar. Und als die Überreste meines Vaters in den Flammen vor mir für immer verschwinden, denke ich zurück an den Krieg der Sterne. Noch einmal der Unschuld ins Gesicht blicken, den Angriff der Klonkrieger überstehen und der dunklen Seite verfallen. Noch einmal im Millennium falten fliegen, den Vater kennenlernen und den Todesstern hochjagen. Noch einmal die Star Wars Saga erleben, bevor die Macht erwacht. Noch einmal. Star Wars, Start der Saga mit Die dunkle Bedrohung. Freitag, 18. September, 20.15 Uhr. Und am Samstag darauf Star Wars Angriff der Klonkrieger.